Das Objekt, das mir in der Ausstellung am besten gefällt, die Pille, Anublar 21. Die Erfindung eines hormonellen Verhütungsmittels, das vor ungewählter Schwangerschaft schützt, war natürlich ein riesiger Schritt auf dem Weg zur Emanzipation der Frau, auf dem Weg zur Unabhängigkeit, zur Selbstbestimmung der Frau. Die Firma Schering hat im Juni 1961, nachdem es in Australien getestet wurde, die Pille auf den Markt gebracht und bat darum, die Pille nur an verheiratete Frauen abzugeben, die mindestens zwei Kinder haben. Es wurde gefürchtet, dass eine Gefahr besteht für die Sittlichkeit, wenn man das an unverheiratete Frauen abgibt und es wurde ein massiver Rückgang der Geburten befürchtet. In unserer Ausstellung wird der Wandel der Sexualmoral beleuchtet, die Rolle der Frau wird nochmal beleuchtet, deshalb darf natürlich die Pille als Erfindung nicht fehlen.